Hallo und willkommen zurück zum, ja, Way of Torture, wobei wir uns nicht mehr so ganz sicher sind, ob der Way of Torture uns torturen soll oder die Zombies. Die Feuerzombies haben uns mit einem kleinen ansteckenden Feuerwerk sozusagen überrascht. Ähm, ja, was ein wenig, äh, was ein wenig, wie soll ich sagen, äh, der Funk hat, demotivierend war. So. Hm, das ist zu hoch, so baut er nicht, okay. Okay, das heißt, ich kann nur in die Richtung. Ja, ich glaube noch mal eins breiter. So, einen Ausgang muss man bauen, ne, mit Türen, würde ich sagen. Wenn wir rauskommen, wenn irgendwas ist. Oder eine Treppe rein nachher. Wie man gesehen hat, ich habe zu hoch gebaut. Aleja, kannst du das alles wieder abreißen? Kommen. Was? Das ist alles? Die hintere Reihe, ja. Die ist, habe ich zu hoch gebaut. Ich? Ja, genau, das plus Treppe. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Die Trappe auch? Nee, nee, die geht nicht anders. Das haben sie ein bisschen blöd gelöst. So, dann mache ich hier mal unseren Arbeitsraum hin. Ja, ich muss es... Gucken, was ich brauche für... Beweil ich jetzt unten eine Türe hin oder oben eine Türe hin? Jetzt weiß ich nicht, was du mit unten oder oben Türe meinst. Ja, also wir müssen ja irgendwo einen Ausgang nachher haben, um rauszukommen, ne? Ja, auf der Seite jetzt, ja. Ja, auf der Seite. Oben oder unten? Oben. Auf der zweiten Etage. Weil das war nämlich unser Problem. Wieso? Dass die unten war, oder? Wir kamen nicht raus. Ich kam ja nicht mehr raus. Ja, ja, nee, ich würde es oben machen. Weil ich wollte ja, ich wollte ja, äh, quasi die Wand einreißen und runtersprengen, aber da das Feuer, sobald das Feuer, äh, dich ergreift, kannst du, kannst du keine Aktion mehr. Ja. Außer Rennen halt. Also später mal richtig, äh, war gerade alles leer hier. Ich brauche, ich brauche Eisen, Felsbrocken und Äste. Mit der ja nicht mehr durch. Ja, ich sag ja, das ist, das ist alles ein bisschen durcheinander gehacken hier. Ja, ich sautee hier gerade. Eisen. Ah, da sind die Felsbrücke drin. Eisentüre. Ach, Treppe. Wie baue ich Treppen? B. Da muss doch auch Eisen drin gewesen sein. Ja. Einfach ein Holzbalken. Ja, Äste brauche ich noch. Holzbalken. Ach. Damit könnte ich da eine Treppe bauen. Brauche ich auf jeden Fall nicht mehr hinten rumzulaufen. Ach. Alben, oder was ist das? Ah, ich habe eigentlich die erste gefunden. Hättest mich auch nur fragen müssen. Ich weiß das schon auswendig. Ich habe welche im Ende wie. Respekt. Ja, ich glaube, das kann man noch eins erweitern. Aber das sollte ich erst ausprobieren. Ja, ungefähr hätte ich es dir sagen können, auch. Ich mache unten auch noch eine Türe hin, am besten. Manchmal hast du ja keine Chance wegzukommen, ne? Mhm. So, höher geht's nicht. Gut. Äh, B. Na, der Crafting-Tisch für Sägen, der steht jetzt schon mal. Also der Sägetisch. Kannst du auch noch mal auf Metall abwenden, wa? Ich schüttel ihn ab. Echt? Habe ich noch gar nicht bemerkt. So, ich baue noch Steine. Dann kann ich die nächste bauen. Felsborken, kleiner Stein, Steine. Davon hatten wir ja nicht mehr viel. Ich hoffe, das reicht noch für die Werkbank zu bauen. Was steht mir denn jetzt da? Äh, die Böden sind die Decken dann, ne? Mhm, genau. Also Holz. Kleiner Stein und Ast. Aleja, du sagst, du hättest, äh, äh, Äste? Mhm. Du hast Äste, sagtest du? Ja. Ich brauche. Ähm. Da. Äh, muss ich dann jedes Mal Säulen dazwischen setzen, oder was? Ja, wir haben es das letzte Mal so gemacht, aber das, ich denke, in der Größe hält das auch so. Nee, funktioniert nicht. Nee, dann musst du Säulen setzen. Jedes Mal Säulen setzen. Mhm. Das ist, äh, scheiße. Ich sag aber nur mal so, wie es ist, ne? Ja, ja, aber bei so einer, äh, kleinen, was weiß ich meine, bei so einem kleinen Bauwerk. Ja. Das stören die, ähm, Pfeiler natürlich dann auch entsprechend. Nee, das meine ich nicht. Okay. Dass du da, dass du einen Pfeiler auf das kleine Stück setzen musst, das meine ich. Also die Statik ist nicht... Achso, das ist unrealistisch, meinst du? Ist nicht wirklich, äh, gut gelöst. Mhm. Haben wir noch Seile irgendwo? Ich bin gerade, dass du noch Platz für die Treppe lassen musst. Ja, weiß ich. Seile sind hier vorne. Wo? Hier die erste Treppe. Äh, Treppe, Kiste. Warte mal. Also ich hab die Sachen, die ich in meinem Indie hatte, und nicht von mir, sind auch in eine Kiste gelegt. Okay. Frau Nägel. Echt? Hm. Ach, ich guck gleich mal. Wenn ich die Decke drin habe, ob ich da oder was. Ach, der war doch ein Braten. Wo war der jetzt? Habe ich gerade was gesehen? Hier. Ah, da ist er. Achso, ja, ich hab mich auch schon wieder hochgepusht. Wäre ich noch nicht, deswegen. Kann ich dir irgendwie helfen? Treppe. Ich mach Nägel. Nägel, äh, musst du machen. Okay, Nägel muss ich machen. Oder? Guck mal kurz. Guck mal kurz. Ich hab aber ich die ganze Zeit suche, wenn ich's so machen muss. Ich mein, vier lägen noch irgendwo. Hast du wahrscheinlich schon gefunden. Ja, ja, die vier hab ich gefunden. Haben wir denn irgendwo Eisen? Das müsste doch hier vorne sein. Oder hatte ich nicht noch? Ah, nee, Eisen hatte ich noch. Soll ich dir mit den Wänden helfen? Ja, kannst du mal. Dann gib mal ein bisschen Material. Hast du kein? Nee, ich hab alles erstmal einsortiert. Warum? Äh, Türen brauchen wir noch, ne? Oder? Aber noch irgendwo... Wie heißt das nochmal? Die Platte? Die Eisenplatte. Ja, eigentlich müsste ich haben, ne? Aber ich kann keine... Eisenplatten... Äh... Wie heißt das andere nochmal? Eisenplatten, Eisenbarren. Für die Türe. Ah, Nägel. Achso, ja, Nägel haben wir nicht. Da hab ich welche im Invi. Ich tue sie hier in die erste Kiste. Dann setz ich schon mal die, äh, Wände hier. So. Ich hol die Nägel. Eisenplatten. Haben wir noch irgendwo Eisenplatten? Ist durchgefallen. Hahaha. Aber sowas haben sie dann realistisch gemacht, oder was? Ja. Ja. Hat irgendwann mal Eisenplatten. Ja, ich. Ja, die brauch ich. Ach, dann... ...wollt's schon mal schnell die... Am besten die Türe machst du... Hier bin ich. Hier hin irgendwo, weil hier scheint es am niedrigsten zu sein. Also vom Fall... Ach, dann... Dann... Du hast die Nägel hingetan, baue ich jetzt schnell die Türe und dann, äh... Nägel sind unten in der ersten Kiste, hatte ich ja gesagt. Hätte ich gut, dass ich hier... Hab ich dir aber auch... Ah. Aber ich hab die eigenen Kacken. Nämlich dann kann ich quasi fast alles zurückgeben. So, das heißt, äh... Jetzt können wir... Jetzt... Was brauchst du? Eisenplatten. Eisenplatten. Da liegen wir. Sehr gut. Brauchst du sonst noch was? Ich mach' nen Testsprung. Ne, tu das. Hey, kannst du die Tür bitte zumachen? Ja, das geht aber von unten nicht. Es tut mir leid. Jetzt baue ich hier nochmal ne Decke drauf, ne? Genau. Und dann guck' ich gleich, was ich von den Seiten... An den Seiten auch so Dinger macht. Dann müssten die auf jeden Fall nur durchlaufen. Aber erstmal geh' ich Pipi machen. Eisenplatten. Haben wir noch irgendwo Eisen? Ich seh' kein Eisen mehr. Ah, da. Danke. Boah, ich dachte, das klappt. So, ein paar Nägel machen. Na ja, Gummiringen brauche ich noch. Ah, da. Also die erste Kiste ist schon mal fertig für alles, was irgendwie Eisen, also Baumaterial ist. Und dann halt die erste Kiste ist schon mal fertig für alles, was irgendwie aufs ." Da, da, da. 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 Da Da. doch schon dunkel hey muss die heck ich habe nur im braten gekriegt hast du hat gesehen dass die falle zusammengeklappt ist da dachte ich musste direkt mal schröpfen gehen ich habe zwar noch keine koche aber das ist so eines der nächsten sachen die ich bauen werde und euch hat die türe nicht zu gemacht kann ja nicht sein oder ja das geht gar nicht das finde ich auch die fallen sind auch zusammengeklappt gerade überlegen ob ich nicht hier eine wand setzen soll das statt eine säule damit die um die wand drum laufen müssen aber ja super ihr habt die türe nicht zugemacht jungs ach so die tür wer hat sie denn offen gelassen ja weiß ich nicht was nicht ich auch nicht fuck kommt ihr nicht mit ey ich bin tot okay okay Ach, da war doch Plastik. Hm, ich guck mal wegen nem Schlafsack. Jo. Ich hoffe mal, du bist in der Nähe respawned, oder nicht? Ja, wir haben ja noch den Schlafsack. Ja, ich wollte das sagen. Ah. Okay. Sämtliche Form von Baumaterial ist jetzt in der Metallkiste hier oben drin, ne? Okay. Haben wir noch Seile? Seile brauche ich noch. Ja, da sind noch Seile drin. Zwölf. Bis jetzt. 32, 52, 72 sind's. Da oben in der, oder was? Ja. Ja, ich ziehe jetzt so, versuche ich jetzt so langsam umzuziehen, sozusagen. So wieder rein, Seile. Nehmen wir nur 22 mit. So, dann bauen wir hier die Küche hin. Hat noch irgendwer ein Stück Gummi? Ist in der, ähm, in der Kiste hier auf der Dings drauf, hab ich doch grad gesagt. jegliche Form von Arbeitsmaterial ist da drauf. Ach, tschuldigung, da unten war auch noch was, deswegen. Wie kommt man da hoch? Äh, mit einer Treppe, die du bauen musst. Das funktioniert doch auch sonst. Baumstämme brauche ich. Weißt du, was ich wohl mal gerne probieren möchte? Ach, ne. Wenn die Tore zumachst, äh, kommen die ja nicht mehr durch, ne? Da ist dann laufen die einen anderen Weg. Genau. Aleja, bau doch einfach eine Treppe. Ich weiß nicht, wo du jetzt ein Problem kannst. Ich hab eine Sache. Was brauchst du denn für eine Treppe? Baumstämme und dran. Ja, Baumstämme sind doch hier, äh, in den Kisten. Und wenn nicht, dann muss man Baum fällen gehen. Das ist ja nun mal so in dem Spiel. Aber ich weiß ja nicht, wohin mit der Treppe. Ich komm runter, ich kann eine setzen. Okay, es sind wirklich keine Baumstämme mehr drin. Okay, da hab ich dann scheiße gebaut. Ich hab Baumstämme. Happy. Sehr gut, danke. So. Hier sind aber auch keine Baumstämme drin. Mal davon abhängen. Halt auf. Wo sind die ganzen Baumstämme? Und ich hab, ich hab noch zwei Baum, äh, acht Baumstämme. Unten in den Kisten hab ich auch keine mehr gesehen. Ähm. Ah doch, da sind sie. Ist doof. Kann sie Baumstämme behalten. Ich hab sie gefunden. Ganz oben. Ähm, wie ist das, soll ich, äh... Ich würd sagen, den Schlafsack da gar nicht, weil das ist doch die Horden-Base. Das macht doch keinen Sinn, da einen Schlafsack zu platzieren. Wenn wir aber da sterben, weil irgendeiner durchkommt, dann respawnen wir woanders. Und dann, wenn die dann die Base wieder angreifen, ist die wieder weg. Da hast du recht, aber dann müssen wir sie später setzen, den Schlafsack da. Dann musste erst... Ich kann jetzt zwei setzen. Dann musste erst hier einsetzen. Und dann den letzten da drauf, weil eben war das auch so, dass als der Schlafsack, der da drauf war, kaputt war, hat man hinten an den alten Schlafsack quasi zuerst gespawnt. Ja, den ich jetzt auch kaputt mache, weil da kriegen wir wieder Sachen drauf. Da hab ich ne Burg gebaut. Ähm, den Dings, der Baut, der macht die kaputt. Ja, war an der falschen Stelle. Entschuldigung. Wann nicht. Das ist auch egal. Ja, war ja auch richtig. So. Ähm, warum brauchst du die so hoch? Ähm, ich weiß nicht, wie die tiefer geht. Mit Q oder E? Okay. Mit Q tiefer, mit E hoch. Da wollte ich grad hochlaufen. Ja, warum brauchst du keine Treppe? So, jetzt guck ich mal, ob ich Wände setzen kann hier an der Seite. So, wo soll ich denn den Schlafsack hinsetzen, den zweiten? Hier oben. Ne, den ganz ja hier oben auf der, auf unserer normalen. Nein, den in der Hortenbase. Wo soll ich denn hinsetzen? Aleja, du hast das immer noch nicht verstanden. Ich hab Sachen für zwei Schlafsäcke. Nochmal. Nochmal, Aleja. Wie wär's, wenn du erstmal mich ausreden lässt und mir zuhörst, bevor du das machst? Eben war das so, dass nachdem unser Schlafsack in der Base kaputt war, sind wir hinten auf der Plattform gespawnt. Ja? Also, scheint er ja die Reihenfolge, wann es gebaut wird, zu nehmen, wo man wann spawnt. Also musst du doch den zweiten. Falsch. Und zwar. Okay, dann mach was du willst. Ich hab immer einen der beiden Schlafsäcke an und der Schlafsack, der gerade angewählt ist, wird der erste Speicherpunkt quasi. Ja, da mach was du willst. Von daher ist das völlig egal. Ja, dann mach die so willst. Warum fragst du mich denn überhaupt? Weil ich wissen wollte, wo ich den da platzieren soll. Ne, machst du einfach. Du brauchst doch meine Hilfe nicht. Ja, wenn es doch falsch ist, werde ich wieder angemotzt. Ich werd doch jetzt ja auch angemotzt, nur weil ich versuche, das zu erklären. Und du willst doch nicht zuhören. Ja, weil es doch so ist. Ja, dann mach's so. Dann werden wir ja sehen, ob es so ist. Guck mal. Da hinten, der wurde, der Schlafsack auf der anderen Platte wurde als erstes gebaut, aber trotzdem war der andere immer der Anwahlpunkt von mir. Ja, weil der als zweites gebaut worden ist. Genau. Ja, dann ist es doch logisch, dass der zweite Schlafsack, der gebaut werden muss, der hier auf der Plattform ist und der dritte dann in der Hordenbase, damit man als erstes in der Hordenbase spawnt und erst da nicht mehr spawnt, wenn der kaputt ist. Dann spawnt man hier, in unserer normalen Base. Ja. Ja, also musst du doch den zweiten doch hier setzen. Ja, wollte ich ja auch. Nee, du hast ja eben was anderes gesagt. Nein, ich habe gefragt, wo ich den in der Hordenbase setzen soll. Und das war der erste Schlafsack. Oder siehst du hier einen? Ja, deswegen musst du doch jetzt erst mal den Schlafsack hier setzen. Dirk, erklärst du es. Also, äh, ist mir gerade zu anstrengend. Ja, du sagst gerade immer was anderes. Eben sagst du, hier muss der zweite hin. Jetzt sagst du, hier muss der erste hin. Also, wir setzen jetzt hier einen hin und setzen mal hinten einen hin und dann testen wir mit dem anwählen. Ja. Ich wähle jetzt oben den nochmal an. Also, dann kann man ja testen. Dann ist das ja egal. So, ich habe den jetzt in der Hordenbase angewählt. So, hier haben wir ja jetzt die Basics stehen. Also, ich brauche Stein, Holz, Eisen, Herz und Felsen. Dann kann ich das schon mal vergrößern. Ja, wir müssen ja jetzt die Hordenbase aufrüsten auf, ähm... Ja, ja, aber wir haben ja keinen Stein, ne? Auf Stein, ja. Das müssen wir natürlich besorgen, klar. Und wir müssen natürlich jetzt so bauen, dass wir, ähm... Auch, äh, die Dings bauen können. Ich weiß zwar nicht, wie das geht. Ja, da muss erst mal, stimmt, da muss ich die Werkbank, glaube ich, für aufrüsten. Muss ich jetzt gerade mal gucken, war das die Werkbank? Ne, war es nicht, sondern es war, genau, es war Kreissäge, die muss ich dafür aufrüsten. Genau, die wollte ich gerade aufrüsten, das heißt, ich habe brauchen... Ja, dann mach. Ja, ich war ja unterwegs, jetzt muss ich mal gucken. Eisenerz, Felsen und Bretter. Mhm. Da ist kein Brett drin und kein Eisenerz. Du, 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 du... Dann können wir hier, ist die Küche, dann können wir hier die Treppe nach oben machen, okay. B, Building, Floor, Fundament, Build. oder ich muss anders was bräuchte dafür holz ok und seil als erz und da sachen da reintun nachher ich muss ja hier und noch eine kiste im kochraum bauen damit die lebensmittel dahin können da brauche ich nägel für nägel haben wir eh keine männer ja ich habe noch vier aber die brauche ich jetzt um die dings aufzubauen ich mache einfach neue so also wie ihr seht wir kommen gut voran breiter und von daher schaltet morgen wieder ein zur nächsten folge von night of the dead ist dann tschüss wo man kann auch einen bauernhof bauen